Hä? Digga, war es auch so? Wahrscheinlich ist er von oben gekommen, du GD. Glaube ich nicht, hier war doch gerade noch nichts. Wo soll er hergekommen sein? Soll er aus dem Baum gefallen oder was? Ja, das passiert doch. Guck mal, bei Schluchten fallen die auch in da und runter. Ja, die spawnen nicht auf Bäumen. Ja, dann weiß ich's auch nicht. Du musst durch die Tür reingekommen sein, als ich gerade über die Pressure Flake gelaufen bin. Das ist bitter, ja. Ohne Spaß, komm weg. Dann hat er nicht anvisiert durchs Fenster und ist dann rein. Komm weg. Ach man, die war aber voll geil. Ja, die war auch voll geil, aber die kommt weg. Wir machen die Treppe nur einbreit, hab ich mir gerade überlegt. Das weiß ich auch. Das ist aber voll wenig egalamäßig. Ja, das stimmt schon. Was weißt du, so? Da kann man nicht so stylisch runtergehen. Erstmal scouten. Was ist hier los? Wo kommt der Block her? Der gehört da hin. Und das Problem ist, dass hier so ein bisschen was fehlt. Ach so, okay. So was zum Beispiel. Und hier fehlt auch was. Ich glaube, ich baue mal den Tisch ab, ich finde den cool. Das ist im Grunde nur eine Pressure Flake mit Zaun. Ja. Ich will mich jetzt einfach auf die Fresse ziehen. Meine Fresse, ey. Ich hab 18 Möhren und 13 Weizen. Also Möhren kann man dann ja... Du kannst schon mal ein Feld machen für die Möhren oder so. Möhren. Weil das da unten ist jetzt eigentlich unser Feld... Also theoretisch könnten wir auch noch einen Keller gehen, weißt du? Und im Keller auch ein Feld machen. Können theoretisch hier auch noch ein Feldchen bauen. Ja, dann musst du den Karsten da wegnehmen. Ach nee, sag bloß. Just saying. Ah, you know what I mean. Jetzt schlag die die nicht einfach so ab. Können wir das... Sonst eigentlich leuchtet das jetzt auch? Ja. Voll nice. Ähm, brennende Monster leuchten auch. Die ist leer. Ach, das war die Truhe von Harry Potter. Stimmt. Das war Harry Potter zu Hause. Alter, ich muss erst mal was trinken, ey. Schade viel. Und Spaß, ich steh da gerade. Hm, ich mach jetzt erst mal Slaps. Oh, es ist es. Okay, okay. Bumm. Lass mich doch raus, du Ficker. Äh. Alter, ich muss dich leider töten. Okay, okay, okay. Alter, das ist ein Creeper im Haus, Digga. Mach die Tür zu! Tja, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Ist der Creeper explodiert? Nö. Oh, das ist ein Zombie im Haus. Wuhuuu! Wuhuuu! Geh mal runter in das Haus auch rein. Geh, 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 geh. Alles easy. Hast du in das Haus auch schon reingeguckt oder was drin ist? Ne, hab ich ja nicht reingeguckt. Ja, mach das mal. Ah, das sieht aus als... Der ist leer. Leer. Juuuut! Dann, äh, was machen wir denn jetzt hier? Ich finde das irgendwie scheiße, dass das hier rüber ragt. Watt, watt, watt. Alter, wie diese Zombies nicht aufhören und die Sonne scheint schon seit was weiß ich wann, Digga. Na, die fangen gleich an zu brennen. Brennt! Oh, ist hier ne Höhe? Das ist ne Höhle! Geh nicht rein. Warum ich das halten? Geh nicht rein, die geht zu weit runter. Wo das alles? Ich weiß nicht, was von links kommt. Ja, das war egal. Und es kann sein, dass der Sand einfach runterfällt. Ja, so cool. So cool. Ist der Sand einfach weg? Geh einfach mal wieder rein. Boah, verfickter Creeper, ey, ne? Ohne Spaß. Ist dazu fällig was drin? Kann man Buttons aus Holz bauen? Ja, sehr schön. Mit was haltest du so? Neun Pfeile gegen eins Mark, Alter. Oh, guck mal unsere Decke an. Style! Ich loote noch ein bisschen das Dorf aus. Oh, scheiße, ey. Ich hasse Creeper. Die mögen dich bestimmt auch nicht. Ja, glaub ich auch. Oh, hier ist noch ein Jungle Wood. Hammer geil. Gab's auch mal ein geiles Nine-Gag-Bild zu Creepern und Monster. Also so. Ein etwas nachdenklicheres Nine-Gag-Bild. So von wegen, du kommst so in die Welt und... Also in die Welt, du wirst da so reingespawnt. Und nur durch deinen, weißt du, durch den Swann oder dein Auftreten da, nimmst du alles an, dass das alles deins ist und baust da deine Sachen hin und so. Mhm. Und bringst unschuldige Tiere um und Bewohner wie diese Zombies und Creeper und dann schon dann so... Stimmt ja auch eigentlich, ne? And you call me a monster. Fand ich irgendwie lustig. Also, nicht lustig, aber interessant. Hat auch was. Stimmt schon. Also, Mann. Aber den Aufgang her nochmal ab, der geht mir auf den Sack, dass der da so in der Mitte ist. Ist halt nur ein Game, also kann man jetzt nicht so ernst nehmen. Aber, ähm, vielleicht im Sinne von Kolonialismus oder so. Eine sehr interessante Grafik. Der Powerpoint-Präsentation macht. Alter, halt's Maul. Äh, du weißt ja, ich habe meinen Powerpoint-Präsentation immer drin gehabt. Oh, ein Creeper-Scheiß-Wichser. Nein, 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 nein. Alles cool. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Bring it on. Wo? Rechts. Ich schub's ihn einfach. Ich schub's ihn in den Kaktus. Wuuuuh. Genau so war's geplant. Ich hab keinen Damage bekommen. Er ist übrigens gerade in die Luft geflogen, der Creeper. Und er hat wohl Damage bekommen. Warte, das Herz war schon vorher weg, als ich gegen den Kaktus gelaufen bin. Wuuuuh, inkompetent. Und... Schön alle Buden suchen. Da warst du schon drin. Hä? Hä? Äh... Das war auch ein Creeper-Expliziert. Ey, das war aber nicht mal einer. Ach doch, das war der, wo ich weggerannt bin. Ist da auch was drin? Haben die alle keine Kisten, oder was? Richtig. Ich dachte immer, es gibt sowas wie ein Schmied, oder was? Ja, gibt's eigentlich auch. Vielleicht find ich den ja noch vielleicht weiter. Das ist ja ein echt großes Dorf. Ich seh keinen Schmied. Naja. Oh, die... Oh, die... Ach, mal geil! Und noch mehr Karotten. Die Karotten auch mit. Ja, sicher. Ich nehm alles mit. Das stimmt, bist ja ein Kleptomanen, ne? Ja. Pete hatte das doch. Er macht heute mal die Top 5. Kennst du das? Ja! Total geil, weil es ja letztes Mal, dass er das eine mal hatte. Die schlimmsten, äh, Charaktere. Die schlimmsten jugendlichen Charaktere, die es so gibt. Da hat er auch scheiße, ey. Wen hatten die alle da drin? Da war dann, äh, Dante von, ähm... Dingens, ne? Devil May Cry. Äh, oder... Wer hat der denn noch? Ähm... Lara Croft. Dass die ja total sch... Also, dass die voll schizophren ist, weil sie manchmal ist sie voll, äh... Voll die Killerin und im nächsten Augenblick hat sie die jetzt halt nur rum. Wo es irgendwie Psycho... Genau, psychosomatisch oder psychosomisch. Jaja, das war interessant. Und dann... Die schlimmsten sind aber unsere Rollenspieler jeglicher Art. Zelda, Minecraft oder sonst irgendwelche. Voll die Kleptomanen. Nehmen alles mit. Das stimmt ja echt, ne? Ja. Wenn du Zelda spielst, du... Vor allem zerstörst du alles. Also, weißt du... Du machst erstes, machst du alles kaputt und zweitens nimmst du echt alles auseinander, was dich nicht so nagelfest ist. Oh, jetzt müssen wir lieber was essen. Ne, ich weiß nicht, wie wir das hier machen sollen. Mir gefällt das hier alles nicht. Ja, dann brennt es nieder! Ich hol dir einen Eimer mit Lava... Oh, ich hab einen Schnee eh. Oh, hier ist noch mehr Kartoffeln. Ist mal geil. Auch mitnehmen. Alles mitnehmen. Kartoffeln kann man nicht braten, dann hast du Essen. Oh, Ofenkartoffeln. Ja. Gibt es auch Pommes und... Ne, Pommes gibt es ja nicht. Ist ja richtig deutsch das Spiel, Alter. So eine Ofenkartoffel, das ist ja typisch deutsch, oder? Ja, das stimmt wieder. Kartoffeln. Im Deutschen werden nicht umsonst Kartoffeln genannt. Ja, das ist richtig. Es werden nicht so viele Kartoffeln in anderen Ländern gegessen. Also ich hab das mir gar nicht so mitbekommen, muss ich sagen. So, Ei aufgesammelt. Würfe sie ab! Hat ja super geklappt, ey. So, so schlecht. Da kannst du nicht mal ein Ei werfen. Und Spaß, ich hab's über den Zaun geworfen. Ja, vielleicht geht das nicht. Und es ist am Zaun hängen geblieben. Ja, was ist das denn? Ja, was soll das? Soll ich mal die schwarze Wolle auch abbauen? Ne, ne? Von ihren Laternen. Oh, lass uns auch mal Laternen bauen. Ich kann viel geiler Raternen. Mit Glowstone. Dafür müssen wir erstmal nether. Ja, ja, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Aber da können wir uns dann... Ich bin ja noch drei Tage hier, Digga. Eben. Und selbst danach können wir immer noch weiter zocken. Das ist ja kein Problem. Ja, ich muss dann erstmal Praktikum machen irgendwann. Echt? Weißt du schon, oder? Ist ja abhängig davon, was ich studieren will. Das weiß ich auch noch nicht. Ne, also wenn ich jetzt... Weißt du? Maschinenbau muss ich Praktikum machen. Und Maschinenbau irgendwie Vorpraktikum wollen die da irgendwie, weißt du? Vorpraktikum? Ja, ist gar nicht schwul. Nein. Ja, da ist es auch. Ne, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil man da auch noch mal ein bisschen rausselektiert, die Leute die das wirklich machen wollen und die die es nicht machen wollen. Ist gar nicht so schlecht. Ich muss auch erstmal hier nach oben bauen. So, das Dorf hatten wir ja aufgeschrieben. Ich habe jetzt wirklich nichts gefunden Großes. Bis auf Karotten und Kartoffeln und Bücher. Ist schon gut. Karotten, Kartoffeln, Bücher ist gut. Mit Karotten können wir nämlich Schweinen locken. Oh, ihr Armschwein. Ihr Schweine! Wo waren das nochmal? Ach ne, Mietzekatzen kann man nur mit Fisch. Hunde nur mit Knochen. Haben wir schon was überlebt, muss ich sagen. Hm? Also in dem Spiel. Ja. Aber bei Gronkh hat er ja irgendwie 30.000 andere Tiere noch, ne? Ja, der hat den Mockreature Mod. Krieg ich auch ein bisschen viel. Also manche Sachen sind ja cool und so, aber manche Sachen sind ein bisschen viel. Finde ich. Weiß ich nicht. Ach scheiße, das sind clean, das sind ja keine Kobolds. Das sind keine Kobolds. Wie auch scheiße, dass man nur Kobolds irgendwie Werkzeug machen kann ich auch nur clean. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie... Ich meine, du machst deine Anfängswerkzeug, wir haben die selten auch clean. Ich weiß nicht, ich will noch nach Hause umgehen. Keine Ahnung. Drück F3 und guck nach wohin du musst. Nö, ich lache einfach irgendwo hin. Ich erkunde die Welt. Alles klar. Einfach wo Welt erkunden, wir können uns irgendwann auch noch mal Maps machen. Karten. Wenn wir dann Redstone und alles haben. Ja, das war doch noch ein bisschen was. Ich meine... 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 Wir müssen langsam mal nach unten in diesen Spalt gehen, um uns dann irgendwo anders eine Rüstung herzustellen... Aus altem dann halt. Das soll ich jetzt aber auch hier dieses Haus fertig haben, ey. Bauer! Ich baue! kaufe erst mal Holz abbauen. Ich hätte das Holz dabei gehabt. Ja, du bist aber weggegangen, du Affe. Kannst du irgendwie schicken, per Dropbox, oder wie? So, ein Lieferung per Dropbox. Einmal drei Stacks Holz. Voll geil. Fertig, voll geil. Da war so ein dicker Baum. Unsere nächste Wohnung soll auf jeden Fall in einem Schneebium sein, habe ich festgelegt. Ja, alles klar. Weil ich so irgendwie geil bin. Und dann kannst du ein Eispalast machen, weißt du was ich meine? Ja. Also wenigstens so aus weißer Woll. Ah, das war ein bisschen aufwendig aus weißer Woll. Das geht. Du ziehst ja einfach ein paar Schafe ran und dann scherst du die einmal am Tag. Nee, aber sonst? Dann hast du innerhalb von, keine Ahnung, von fünf Tagen, also fünf Minecraft-Tagen, hast du dann irgendwie vier Stacks Wolle zusammen. Fünf Stacks. Das geht echt fix. Hab ich ja bei mir gemacht. Fliegenfilze. So, dann hämmern wir nochmal ein bisschen Holz weg. Wie lange gibt's Minecraft jetzt eigentlich schon? Also so von Alpha an? Oh, von der Alpha an, das weiß ich nicht. Also die Beta gab's schon vor vier Jahren? Ich weiß gar nicht, wann Gronkh sein Let's Play angefangen hat. Das muss vor drei oder vier Jahren gewesen sein. Der meinte jetzt also irgendwas über zwei Jahre. Ja, ja, ich meine, es wären drei Jahre wären es jetzt. Aber vorher hat er ja noch irgendwelche anderen Sachen gemacht. Ja, ja. Du weißt, so Let's Show und so hat er ja immer. Ja, das war auch noch in der Alpha, glaube ich. Also er hat mit da angefangen, da war, glaube ich, gerade in die Beta draußen. Also wie viel Cash dieser Notch mit diesem Spiel gemacht haben muss. Ja, vor allem das Geile ist ja, der ist ja kein Publisher gegeben, sondern der macht das ja alles selber noch. Selber, ja, der hat eben noch sein Team. Oh, es wird langsam dunkel, mein Freund. Ich weiß, ich hab den komplett woanders. Wissen du. 75, 69, 660. Oh, man muss einfach stringent in eine Richtung rennen. Da ist ein Schwert dabei, Fackeln dabei. Dann geht das. Das muss man aufpassen, dass ich nicht wieder einen Creeper da reinlocke, ey. Ich sag's dir, es ist besser, wenn man es direkt... Oh, hier ist es zugefroren, kann man da lang schlittern. Wuii. Oh, man schlittert wirklich nach wie awesome. Ja. So, erstmal dazu machen. Jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen Holz. Oh, da lag noch Stein. So, erstmal wieder ein paar Stakes Holz zusammen. Oh mein Gott, ein Creeper. Der leuchtet ja, wenn man ihn... ...dings schlägt. Okay. Ja, egal. Ich hab' richtig geslamed. Also ich schaff's irgendwie nicht. Die explodieren dann immer, wenn ich ihm zwei Schläge gegeben habe. Ja, das ist das Problem, weil du noch ein normales Schwert hast. Und Gronkh hat ja gar nicht das Überschwert oder so, ne? Ah, das geht richtig, ich hab' das Ding, ey. Der hat eine Stärke 5 oder so, ne? Ja, scharf ist irgendwas. Ne, ist auch mal geil, wenn du den Bögen baust, ja? Und dann... Und dann... Oh, oh Gott, der Kistenzahn weg. Hier ist ich viel scharf. Ach, jetzt gib's ihm gerne heran. So, jetzt bin ich immer noch überlegen, wie ich das hier mache. Ich glaub, ich baue mir irgendwo einen Unterschlupf. Ich schlafe. Du hast doch ein Bett, oder? Ja. Wenn ich mir jetzt drei Wolle hole... Dann könnten wir uns doch hinlegen, oder? Ja. Ich muss mir dann kurz ein... ...eine Workbench machen. Heute hast du dabei? Ja. Sehr gut. So, ja, passt der es raushauen? Oh, ich hab einen Achievement bekommen, weil ich mir eine Workbench gemacht habe. Ja, das ist... Ich hab einen Achievements gekriegt, ne? Okay, wenn du jetzt oben bist... Jetzt schnell, 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 ne? Ähm, bist du? Ja, warte. Ah, ich bin sie so noch nicht. Ich muss mein Bett nur erstmal wieder nach unten stellen, um hier oben zu brennen.